Herzlich willkommen zu dem Vortrag Layouts in FileMaker. Mein Name ist Stefanie Juchmes und ich werde Sie jetzt die nächste Stunde begleiten. Zuerst einmal möchte ich Ihnen ein paar Informationen über mich geben. Ich bin vor 30 Jahren am schönen Rhein geboren worden und habe an der Universität Bonn dann 2018 meinen Bachelor of Science im Fach Informatik gemacht. Und seit 2019 arbeite ich als Entwicklerin bei MonkeyBird Software. Seit 2022 bin ich zertifizierte FileMaker-Entwicklerin. Kommen wir zuerst einmal zu der Frage, was macht eigentlich ein gutes Layout aus? Ein gutes Layout sollte übersichtlich sein. Das bedeutet, wir sollten es nicht so vollschopfen mit Informationen, damit diese noch übersichtlich dargestellt werden. Dann soll es auch benutzbar sein. Wir möchten also nicht, dass wir uns erst durch 1000 Layouts klicken müssen, um eine Information zu bekommen, die wir 20 Mal am Tag brauchen. Also wir müssen auch auf die Workflows achten. Also wie arbeiten wir? Was sind die Wege in den Programmen? Dann müssen alle benötigten Daten dargestellt werden. Also wir müssen diese Daten erreichen können. Wir haben ja eben schon gesagt, es muss übersichtlich sein, aber es müssen halt auch alle Daten da sein, die wir benötigen. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Dann soll dieses Layout auch ansprechend sein, denn Sie müssen häufig damit den ganzen Arbeitsalltag verbringen. Schätzen wir mal, acht Stunden müssen Sie da täglich davor sitzen. Sie möchten das schön haben. Sie kaufen sich ja auch ein Haus am See, wenn das möglich ist, anstatt mit Blick auf die örtliche Müllverbrennungsanlage. Ein schlecht designtes Layout ruft halt auf Frust hervor, wenn Sie das jeden Tag mehrere Stunden anschauen müssen. Dann soll so ein Layout natürlich auch wartbar sein. Das bedeutet, wenn wir ein Feld dazu bekommen, möchten wir jetzt nicht das komplette Layout umstrukturieren müssen, sondern wir möchten das einbauen können, das Feld. Auch das sollte man beim Design ein bisschen berücksichtigen. Aber wo beginnt eigentlich das Design eines Layouts? Bei mir beginnt das nicht am Computer, sondern bei mir beginnt das ganz oldschool mit Stift und Papier. Ich zeichne mir dann das Layout oft auf und überlege mir, was dieses Layout eigentlich haben soll. Und dabei helfen eigentlich die W-Fragen ganz gut. Die möchte ich Ihnen jetzt einmal vorstellen. Was soll die Lösung tun? Also welche Prozesse möchte ich mit dieser Lösung abbilden? Wer nutzt die App? Da geht es erstmal darum, welche Altersklasse haben wir da, mit welcher Computererfahrung arbeiten wir da, können wir davon ausgehen, dass bestimmte Symbole erkannt werden, aber auch gibt es vielleicht Handicaps. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Feld mit bedingter Formatierung haben, wo ein Prozess durchläuft und dieses Feld wird grün, wenn der Prozess funktioniert hat und rot, wenn der Prozess nicht funktioniert hat und Sie haben jetzt jemanden mit rot-grün Schwäche, dann bringt Ihnen das gar nichts. Das bedeutet, Sie sollten darauf achten, dass Sie dann eventuell noch eine zweite Information auf dem Layout ausgeben, zum Beispiel Prozess-OK, Prozess-Fehler, sodass derjenige auch noch lesen kann. Oder Sie haben zum Beispiel jemanden, der schlecht sehen kann, dann sollten Sie die App auch mit größeren Buchstaben gestalten. Oder wenn jemand zum Beispiel gar nicht mehr sehen kann, dann wäre es vielleicht angebracht, eine Sprachausgabe zu nutzen. Dann haben wir eben schon festgestellt, wir müssen ermitteln, welche Daten benötigt werden. Also welche Daten müssen auf unser Layout? Ja, wie soll die Applikation genutzt werden? Auch da wieder die Arbeitsprozesse, unseren Workflow ermitteln. Wie genau laufen die Wege, was genau brauchen wir für Skripte, welche Knöpfe müssen wir wo platzieren? Dann die Frage auch, wo wird die Applikation genutzt? Also nicht unbedingt, ob sie jetzt nur im Betrieb in-Haus genutzt wird, wo wir überall meistens WLAN haben und Verbindung zum Server so. Oder haben wir vielleicht auch mal, dass wir in einem Keller sind, wo es keine Verbindung zum WLAN gibt. Dann auch die Frage ist, ist es eine mobile Lösung? Haben wir eine Web-Direct-Lösung? Auch das müssen wir beachten beim Design des Layouts. Gerade auch bei den mobilen Geräten müssen wir dann auf die Größe achten. Haben wir es mit einer iPhone-App zu tun, mit der iPad-App? Dann ist auch die Frage, wann wird die App genutzt? Zum Beispiel, wenn Sie ein Nachtdienstunternehmen haben, macht es manchmal Sinn, ein Dark-Design, wie wir das von Apple kennen, zu nutzen, damit die Augen nicht so angestrengt werden, dass wir praktisch einen dunklen Hintergrund haben und dann weiße Schrift. Dann noch die Frage, welche Fehler können auftreten? Wie sollten Sie eventuell mögliche Fehler schon voraussehen? Sie haben zum Beispiel ein Layout, da sollen bestimmte Felder ausgefüllt werden und der Datensatz soll nicht verlassen werden, bevor diese Felder ausgefüllt sind. Und da kann es sinnvoll sein, bereits die Felder zu markieren, die auf jeden Fall ausgefüllt werden sollen. Zum Beispiel indem, dass wir sie gelb hinterlegen und sagen, wir müssen die gelb hinterlegten Felder auf jeden Fall ausfüllen. Und die Frage, die wir uns ausstellen sollten, wenn es bereits eine alte Lösung gibt, weshalb ist etwas in der alten Lösung so gemacht worden und nicht anders? Wenn Sie eine alte Lösung haben, sollten Sie sich diese einmal zu Gemüte führen. Man sollte sich anschauen, warum ein Workflow so designt worden ist und nicht anders. Weil da kommt man manchmal noch auf Ideen, die man vorher nicht hatte und sieht dann auch Probleme, die man vielleicht bisher noch nicht so bedacht hat. Was war gut an diesen Workflows im alten Programm? Was war schlecht? Was sollte geändert werden? Und hier sehen wir bereits ein Layout, was nicht so unbedingt das Schönste vom Schönsten ist, was man aber im täglichen Arbeitsalltag immer mal wieder sieht. Wir sehen zum Beispiel hier, dass die Felder nicht bündig sind. Dadurch sieht es sehr unaufgeräumt aus. Wir haben hier ein Portal, wo Nummern drinstehen, wo eigentlich niemand weiß, was diese Nummern zu bedeuten haben. Man kann vermuten, dass es Telefonnummern sind, aber so genau weiß man das nicht, weil sie auch mittendrin hängen. Wir haben hier Kundendaten an sich. Wir haben hier Gesundheitsdaten, die alle zusammen auf einem Layout liegen. Dazwischen liegen dann noch Tasten, die irgendetwas machen, das Sitzungsprotokoll aufrufen oder einen neuen Termin anlegen. Dann haben wir hier ein vergessenes Label. Und dieses Layout gehört eigentlich schleunigst mal aufgeräumt, beziehungsweise manchmal ist es besser, von ganz vorne anzufangen. Und dementsprechend machen wir uns jetzt mal ein neues Layout. Und wenn wir jetzt viele Daten haben, die wir im Layout verarbeiten müssen, wie wir das hier jetzt sehen, das sind einige Felder, dann lassen die sich ganz gut strukturieren, indem wir hier ein Register- und Seitensteuerelement nutzen können. Wir haben einmal hier die Seitensteuerelemente. Wir sehen, wir ziehen hier ein Fenster auf, können hier eine Einstellung treffen, wie viele Seiten wir gerne hier hätten, wie groß die Punkte sein sollen, ob die Navigationspunkte überhaupt angezeigt werden sollen. Dieses Element ist gerade auch für mobile Lösungen gedacht, wo Sie ein Touch-Display haben, damit Sie das nutzen können. Und jetzt packen wir mal auf die erste Seite Name und Vorname. Und auf die zweite Seite packen wir mal die Adresse. Und auf die dritte das Alter. Und dann sehen Sie schon, wir können jetzt zwischen den einzelnen Seiten hin und her wechseln. Und so haben Sie die Daten, können wir übersichtlich strukturieren. Wie gesagt, das hier empfehle ich eher für mobile Lösungen. Was ich auf Desktop-Lösungen lieber mag, sind hier diese Reiter, das Registersteuerelement. Hier können wir jetzt Reiter anlegen. Nehmen wir einmal allgemeine Informationen oder allgemein. Und dann als nächstes haben wir noch Gesundheitsdaten. Und hier haben wir jetzt zwei Elemente, zwischen denen wir hin und her wechseln können. Bei allgemein können wir jetzt zum Beispiel Name und Vorname hinlegen. Und bei den Gesundheitsdaten dann zum Beispiel das Startgewicht, aktuelle Gewicht und Zielgewicht. Und wir sehen hier schon, ohne Beschriftung wird das später schwierig, wenn Sie da eine Beschriftung zu haben wollen. Entweder machen Sie die per Hand. Was aber viel einfacher ist und was ich Ihnen auch empfehlen würde, ist, Sie haben hier unten, können Sie auswählen, wie die Beschriftung getroffen werden soll. Einmal haben Sie die Möglichkeit, komplett ohne Beschriftung das Ganze zu bekommen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Beschriftung oben drüber zu machen. Das ist auch eine ganz gute Lösung hier für das Gewicht. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Beschriftung links daneben zu schreiben. Oder, was auch interessant ist, um ein Layout möglichst schmal zu halten, ist, die Beschriftung innerhalb des Kastens zu packen. Wie das aussieht, zeige ich Ihnen jetzt einmal. Wir bekommen einen Platzhaltertext, wenn das Feld leer ist. Das schauen wir uns jetzt mal an. Und hier ist jetzt kein Name eingefüllt. Und Sie sehen, in grauer Schrift steht hier jetzt Kunde Name. Und wenn wir jetzt da was reinschreiben, zum Beispiel Mustermann. Dann sehen Sie, dann verschwindet die graue Schrift und der Name steht in dem Feld. Aber wir können nicht nur, wenn wir mehrere Felder gleichzeitig reinziehen, können wir nicht nur bestimmen, wo die Schrift steht, sondern wir können auch die Feldpositionierung bestimmen. Wenn wir jetzt zwei Felder untereinander positionieren wollen, dann können wir diese hier markieren. Wir markieren übrigens immer mit der Shift-Taste, die wir gleichzeitig drücken, mehrere Objekte, ob das jetzt auf dem Layout ist oder hier in den Feldern. Und wir sehen, wenn wir hier die Feldpositionierung ausgewählt haben, dann sind die beiden Felder untereinander. Und wenn wir jetzt, wir wollen, möchten sie nebeneinander haben, jetzt auf nebeneinander klicken, dann können wir diese nebeneinander positionieren. Ich kann hier jetzt die Daten, die ich gerne hätte, aufs Layout ziehen und kann mir überlegen, wie bekomme ich das denn möglichst schön akkurat und gerade hin. Und da sehen Sie schon einmal, da sind diese blauen Linien, das sind dynamische Hilfslinien, die hier erscheinen. Und jetzt haben wir unser Registersteuerelement genau in die Mitte des Layouts gelegt, also in die Mitte des Datenbereiches. Und diese helfen uns bereits, aber manchmal ist das nicht genug. Wir haben jetzt verschiedene Hilfsmittel, um diese Felder zueinander zu positionieren. Die dynamischen Hilfslinien haben wir bereits gesehen. Aber wir wollen uns diese Helferlein jetzt einmal genauer anschauen. Die finden wir unter Ansicht. Und da haben wir hier zum einen das Lineal. Und bei den meisten ist es schon eingeschaltet. Genau, Hilfslinien einblenden. Das möchten wir jetzt einschalten und auch an Hilfslinien ausrichten. Möchten wir einschalten. Und wir sehen jetzt hier, hier hat sich jetzt ein Lineal an der Seite positioniert. Und wir können auch noch, die Maßeinheit ist jetzt hier in Zentimetern. Die Maßeinheit können wir aber nur ändern, zum Beispiel in Pixel oder in Inches. Was uns da beliebt. Bei mir ist es jetzt Zentimeter, weil ich das am einfachsten finde. Und wir können jetzt Hilfslinien hier positionieren, indem, dass wir beim Lineal jetzt von, wenn wir jetzt eine horizontale Hilfslinie ziehen wollen, dann können wir diese nach unten ziehen. Und Sie sehen, wir können diese dann bei zum Beispiel 13 Zentimeter positionieren. Und können dann auch hier unsere Felder an dieser Hilfslinie ausrichten. Dasselbe können wir nicht nur für horizontale, sondern auch für vertikale Hilfslinien machen. Wir ziehen dann hier aus dem Lineal an der Seite die Hilfslinie heraus. Und positionieren sie auf unserem Layout. Dann können wir auch hier das Feld einschnappen lassen. Wenn wir jetzt einmal das Layout wechseln, merken Sie, die Hilfslinien werden nicht mitgenommen. Aber manchmal kann es nützlich sein, ein Objekt an den Hilfslinien auszurichten, die auch auf einem anderen Layout sichtbar sind. Und das ist ganz einfach, das können wir machen, indem, dass wir hier aus diesen Hilfslinien eine globale Hilfslinie machen. Und dafür klicken wir mit der rechten Maustaste auf diese Hilfslinie drauf. Und geben dann an, Hilfslinie auf allen Layouts verwenden. Diese Hilfslinie wird dann rosa. Und wenn wir jetzt das Layout wechseln, dann sehen wir diese Hilfslinie auch auf diesem Layout. Die Hilfslinien können wir während der Arbeit immer wieder verschieben, manchmal auch unabsichtlich. Und dafür gibt es dann auch noch die Möglichkeit, diese Hilfslinien festzusetzen. Das machen wir auch mit der rechten Maustaste. Und hier haben wir Hilfslinie sperren. Dann wird diese Hilfslinie grau und kann nicht mehr bewegt werden. Aber wir können unsere Felder passend daran ausrichten. Wenn Ihnen die Hilfslinien jetzt aber nicht genug sind, sondern Sie möchten gerne praktisch ein Netz aus Hilfslinien haben, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, das sogenannte Grid einzuschalten. Und das sehen wir hier. Wir sind hier in unserem anderen Panel, im Inspektor. Und hier gibt es den Reiter Position. Und hier können wir ganz unten bei Gitter das Gitternetz einblenden. Ich zoom einmal näher ran, damit Sie das hier sehen. Dieses Gitternetz besteht aus Hauptlinien. Die sind dunkelgrau und aus Nebenlinien. Und wir können jetzt angeben, wie weit diese Hauptlinien auseinander sind. Wir haben jetzt hier angegeben, dass die einen Zentimeter auseinander sein sollen. Das sehen Sie auch hier. Hier ist die 4, hier ist die 5. Der ist genau ein Zwischenraum zwischen den Hauptlinien. Und dann haben wir die Nebenlinien. Wir geben die Anzahl der Nebenlinien an. Die unterteilen dann den Abstand zwischen den Hauptlinien. Und das sollen sie ein Stück sein. Das bedeutet in unserem Fall, wir haben einen Abstand zwischen den Nebenlinien von einem Millimeter. Das bedeutet, wir haben im Endeffekt hier jetzt Millimeterpapier, auf dem wir arbeiten können. Einmal haben wir erstmal nur das Gitternetz. Aber hier rastet noch nichts ein. Wir können uns da ganz frei bewegen. Klar, die dynamischen Hilfslinien, die sehen wir hier, dass die sich anschalten. Aber richtig einhaken tut das hier noch nicht. Das tut es nämlich erst, wenn wir am Gitternetz ausrichten, aktivieren. Und dann sehen Sie, bewegt sich das stückchenweise weiter, sodass wir uns auch an diesem Millimeterpapier ausrichten können. Jetzt gehen wir aber wieder mal zurück und packen auch hier unseren Namen wieder in das Seitensteuerelement rein. Jetzt möchten wir aber die Felder zueinander ausrichten. Und zwar sollen die zum Beispiel auf derselben Höhe sein. Wie bekomme ich das jetzt möglichst gut hin? Und dafür habe ich hier die Ausrichtungswerkzeuge, die Sie hier sehen. Da kann ich einmal die Felder an einer gedachten vertikalen Linie ausrichten. Und zwar wird dann hier die am weitesten links liegende Kante genommen bei dem Werkzeug hier. Und daran werden die Felder dann ausgerichtet. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, Felder müssen ja nicht immer gleich groß sein, dass wir die Felder an einem bestimmten Mittelpunkt orientieren. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Mittelpunkt von dem unteren größeren Feld. Der wird genommen. Oder wir können auch die Felder sich an der rechten, an der möglichst rechten Kante der Felder orientieren lassen. So haben wir jetzt die beiden Felder, die sich dann hier an dieser Kante orientieren. Das Ganze gibt es aber nicht nur für, nicht nur vertikal gedacht, sondern horizontal gedacht, dass sie praktisch auf derselben Höhe liegen. Und das können wir mit den Werkzeugen hier machen. Hier, das richtet sich an der obersten Kante aus. Wir sehen jetzt hier, das Feld ist ein bisschen niedriger wie hier das. Das bedeutet, wir richten uns jetzt hier an der oberen Kante aus. So liegen die beiden wieder auf der gleichen Höhe. Wenn wir jetzt das Feld wieder verschieben, beziehungsweise wir machen das Feld auch mal etwas größer und sagen, wir möchten jetzt hier auf die Mitte ausrichten, dann sehen wir hier, wird die Mitte genommen. Dann auf den unteren Rand, auch hier, haben wir dann wieder den möglichst untersten Rand. Wir haben jetzt eben schon gesehen, Felder können unterschiedlich groß sein. Auch hierfür haben wir dann Skalierungswerkzeuge. Wenn wir jetzt hier zwei Felder anklicken, wir möchten jetzt, dass das Adressfeld so groß ist wie das Namensfeld, so breit ist wie das Namensfeld. Dann können wir das mit diesem Werkzeug hier machen. Hier wird die kleinste Breite angenommen und darauf werden die Felder angepasst. Jetzt sehen wir, dass die A, das Name und Adresse gleich groß sind. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass wir beide Felder auf die größte Größe skalieren. So müsst ihr jetzt Name, die Größe von Adresse annehmen. Dafür haben wir hier das zweite. Und wir merken schon, das geht nicht nur mit Feldern, sondern auch mit Seitensteuerelementen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nur unsere beiden Felder, die wir markieren. Und jetzt hier auf das breiteste skalieren, sodass wir jetzt Name genauso groß haben wie Adresse. Wie gesagt, das geht auch wieder mit der Höhe und nicht nur mit der Breite. Hier skalieren wir jetzt auf die kleinere der beiden Höhen. So ist Kunde Name jetzt wieder genauso groß wie Adresse. Und wenn wir jetzt Adresse wieder etwas größer machen und jetzt Kunde Name und klicken dann auf das daneben. Dann wird es auf die höhere Höhe angepasst. Wir können die beiden jetzt auch wieder auf gleiche Höhe bringen. Wir haben hier noch zwei andere Knöpfe. Da nehmen wir jetzt zum Beispiel mal an, wir haben eine geringe Breite hier bei dem Feld. Und hier, wir haben hier eine geringe Breite und dafür hier eine geringe Höhe. Dann können wir mit diesem Knopf hier jeweils das kleinste von Breite und Höhe annehmen. Dann würde hier die Breite von übernommen und hier von die Höhe. Und wenn wir klicken, sehen wir das auch. Also die Felder werden so wieder gleich groß. Genauso gibt es das auch andersrum. Wir nehmen die größte Höhe und die größte Breite. Und haben dann hier unsere Felder wieder identisch. Wenn wir jetzt den Abstand zwischen mehreren Feldern gerne gleich hätten. aus den drei Feldern. Erstmal richten wir die nach rechts aus. Wir möchten jetzt, dass der Abstand, damit wir es auch richtig sehen, dass der Abstand zwischen diesen drei Feldern gleich ist. Dann haben wir hier die Variante Leerschritt. Einmal für vertikal zu verteilen, einmal um horizontal zu verteilen. Und wir sehen hier jetzt, dass der größte Kasten angenommen worden ist. Und dann ausgerechnet worden ist, wie breit diese Abstände sein können. Damit sie gleich sind, damit die gleichmäßig verteilt sind. Aber auch horizontal geht das. Zack. Auch hier wieder genau dieselben Abstände. So, nachdem wir das Ganze jetzt ausrichten können, zeige ich Ihnen jetzt noch, wie wir ein Portal eigentlich in unser Layout einbinden können. Da kommen wir nämlich hier oben mal zu unseren Layout-Werkzeugen, die wir hier haben. Wir können einmal Texte schreiben. Dann können wir Linien auf das Layout setzen, um zum Beispiel Trennlinien zu machen. Wenn Sie die positionieren wollen, drücken Sie gleichzeitig die Shift-Taste. Dann werden die auch gerade. Dann haben wir hier Rechtecke, abgerundete Rechtecke und Ellipsen. Dann können wir hier Felder anlegen. Hier haben wir verschiedene Stile. Da werden wir jetzt gleich die Markierfelder noch von kennenlernen. Wir können normale Felder, so wie wir das so kennen, die sind die Bearbeitungsfelder, hier ablegen. Dann Einblendlisten, da haben wir eine vorgegebene Werteliste. Aus den Werten können wir auswählen. Also ähnlich ist dann auch das Einblendmenü. Die Markierungsfelder, die zeige ich Ihnen gleich noch. Ähnlich die Markierungsfelder sind dann die Optionsfelder, wo Sie dann so Radio Buttons anklicken können. Um Sie damit zu bestätigen, dann können wir hier auch ein Datum mit dem Einblendekalender direkt aussuchen. Das bedeutet, Sie können nicht nur das Datum eintippen, sondern Sie können aus einem Kalender, wie Sie das oft auch von Apple kennen, das Datum aussuchen. Dann gibt es auch noch verschlüsselte Bearbeitungsfelder. Dort werden dann anstatt der Zeichen Punkte drin angezeigt, sodass man dies nicht direkt sieht. Das bietet sich vor allen Dingen für Passwortfelder an. Allerdings muss man sagen, die Daten sind nicht da drin verschlüsselt, sondern sie werden nur so auf dem Layout angezeigt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, Tasten auf unserem Layout zu positionieren. Da haben wir einmal die Taste und die Pop-Over-Taste. Dann für Navigation eignet sich das besonders die Tastenleiste. Da haben wir dann mehrere Tasten nebeneinander oder untereinander, über die wir dann zum Beispiel eine Navigation machen können. Das Register- und Seitensteuerelement haben Sie bereits kennengelernt. Das ist das Ausschnittswerkzeug, also für Portale. Da werden wir gleich noch mit arbeiten. Sie können auch in Filemaker Diagramme erstellen. Nur dieses Thema würde, wenn wir das jetzt vernünftig behandeln, eigentlich einen ganzen Vortrag kosten. Und dementsprechend sage ich Ihnen nur, dass es das gibt. Da können Sie sich dann informieren. Dann haben wir hier den Web-Viewer, das Web-Viewer-Werkzeug. Wir können eine Internetseite in Filemaker selber anzeigen lassen. Die Möglichkeit haben möchten, auf einem Layout die Firmenseite anzusehen, können Sie das auch tun. Dann können Sie hiermit auch wieder Felder positionieren, indem Sie diese im Layout platzieren. Dann haben wir hier das Bereichswerkzeug. Sie sehen hier schon die obere Navigation. Es gibt aber noch mehr Bereiche. Und das kann ich Ihnen auch mal zeigen. Wir ziehen jetzt mal hier nach unten einen Bereich. Und Sie sehen hier schon, es gibt hier verschiedenste Bereiche. Obere Navigation. Dann gibt es hier einen Kopf, der bei einem Drucklayout auf der ersten Seite angezeigt wird. Dann haben wir generell den Kopfbereich, der dann auf allen Seiten angezeigt wird. Ein vorangestelltes Gesamtergebnis können wir drucken. Ein Datenbereich. Den Datenbereich kennen wir ja schon. Den kennen wir hier. Das ist das Große. Dann Zwischenergebnisse können wir hier in den Datenbereich mit einbringen. Das macht sich dann auch ganz gut immer beim Listenlayout. Ein nachgestelltes Gesamtergebnis. Dann können wir hier einen Fußbereich, das wollen wir jetzt gleich auch machen, ergänzen. Und den Fuß von der ersten Seite und eine untere Navigation. Wir haben jetzt, der ist ganz klein, dementsprechend müssen wir ihn ein bisschen aufziehen. Genau. Und da können wir jetzt auch Elemente drauf positionieren, wenn wir das möchten. Und hier das Werkzeug, das lernen wir auch gleich noch kennen. Das ist zum Übertragen von Formaten. Jetzt wollen wir uns aber an das Portal geben. Ein Portal, beziehungsweise einen Ausschnitt. Der zeigt immer einen Ausschnitt von Daten aus einer Tabelle, die mit den Datensätzen in der Tabelle, mit der Sie hier arbeiten, mit diesen Datensätzen verknüpft werden soll über eine Beziehung. Und in unserem Fall sind das die E-Mail-Adressen, die wir vorher schon in der Datenbank verknüpft haben. Wir können hier einmal angeben, wie viele Zeilen wir eigentlich angezeigt bekommen möchten in diesem Portal. Aber wir haben auch die Möglichkeit, noch zu scrollen in diesem Portal. Vertikales Scrollen zulassen. Das bedeutet, wenn wir jetzt mehr wie zwei E-Mail-Adressen haben, die dann hier auf dem Layout angezeigt werden können, dann können wir mit diesen, können wir hier auch dran scrollen, sodass wir die dann auch sehen, die anderen Adressen. Und hier können wir einstellen, ob dieser Scrollbalken sichtbar ist, entweder immer oder nur beim Scrollen. Wir haben jetzt mal nur beim Scrollen ausgewählt und am Ende beim Verlassen des Datensatzes soll der Scrollbalken doch bitte wieder nach oben gesetzt werden, sodass wir frisch anfangen können. Ausschnittsdatensätze, das können ja nicht nur zwei E-Mail-Adressen sein, sondern sehr viele. Die möchten wir vielleicht sortiert haben und hier suchen wir jetzt die Mail-Adressen raus, die möchten wir gerne alphabetisch sortiert haben und zwar aufsteigend von A nach Z und nicht von Z nach A oder nach einer eigenen Wettlist sortieren. So, wir können hier dann noch sagen, ob wir Ausschnittsdatensätze filtern wollen, zum Beispiel sagen wir, wir möchten jetzt nur welche haben, wo mindestens ein A drin vorkommt, können wir alles angeben, ist aber bei uns jetzt nicht notwendig. Oder löschen von Datensätzen zulassen, sollen hier Datensätze gelöscht werden können. Auch das möchten wir jetzt erstmal nicht. So, hier wählen wir jetzt aus, welche Daten wir jetzt eigentlich in unserem Portal anzeigen lassen möchten. Und da wählen wir jetzt hier Mail-Adresse und kopieren die in das Portal selber rein. Beim Positionieren von Feldern in diesem Portal ist es wichtig, dass die Felder komplett im Portal liegen. Wir verschieben, wir sehen jetzt einmal, wenn es richtig drin liegt, was dann passiert. Dann werden beide E-Mail-Adressen hier angezeigt. Wenn wir jetzt aber dieses Feld außerhalb des Portals positionieren, also ein Stück außerhalb des Portals, dann liegt das nicht mehr im Portal selber drin. Sondern wir sehen dann hier, das liegt auf dem Layout selber drauf und dadurch bekommen wir hier nur die erste E-Mail-Adresse überhaupt. Und das möchten wir ja nicht. Deswegen immer darauf achten, dass die in diesem Portal auch drin sind, die Daten, die wir gerne hätten. So, jetzt können wir dieses Layout verlassen. Und damit wir jetzt nicht alle Felder mühselig positionieren müssen, das nimmt ja auch einiges an Zeit in Anspruch, gehen wir jetzt direkt zum Zwischenstand. Und da sehen wir dann, wie dieses Layout aussehen kann. Hier haben wir die allgemeinen Informationen. Hier haben wir das Kundenfoto an der Seite. Hier Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse. Dann die E-Mail-Adressen und die Telefonnummer. Und hier das Alter der Kunden. Auf dem zweiten Reiter haben wir dann die Gesundheitsdaten wie Alter, Geschlechts, Körper, Größe, Beruf. Dann Startgewicht, aktuelles Gewicht und Zielgewicht. Dann können wir hier die Vorerkrankungen angeben, den Grund der Inanspruchnahme und Notizen. Und wir blenden jetzt einfach mal unsere Hilfslinien aus, weil die stören ein bisschen. Und sehen dann hier, dass wir das doch relativ schon ordentlich alles positioniert haben. Jetzt zeige ich Ihnen mal gerade, wie so ein Pop-Over aussehen kann. Wir haben eben schon gesehen, es gibt einmal die normale Taste, einmal die Pop-Over-Taste. Eine normale Taste würde so aussehen, beziehungsweise wir können auch mal eine hier reinziehen, eine normale Taste. Diese können Sie dann hier positionieren. Sie sehen, Sie können entweder ein Symbol auswählen oder eine Beschriftung oder beides, je nachdem, wie Sie das positionieren wollen. Und hier haben Sie eine Auswahl von Symbolen, können aber auch noch eigene hinzufügen. Hiermit ändern Sie die Größe des Symbols und hier können Sie einstellen, was diese Taste eigentlich tun soll. Also einen Einzelschritt oder ein Skript angeben. Wie Sie die Skripte schreiben können, können Sie übrigens in unserem YouTube-Video sehen. Und hier das ist jetzt von außen, sieht es erstmal aus wie eine normale Taste. Wir haben aber hier eine Pop-Over-Taste benutzt. Und wenn wir jetzt doppelt draufklicken, sehen wir, hier geht jetzt ein Pop-Over auf. Hier liegt der Wert vom BMI vom Kunden und hier unten drunter haben wir dann noch weitere Informationen, zum Beispiel, was der ideale BMI wäre. Da können wir jetzt in Abhängigkeit vom Alter sagen, okay, da sollten wir noch ein bisschen was dran tun oder halt nicht. Das jetzt nur mal als Beispiel. Wir haben jetzt gesehen, wir können so Tasten anlegen, wir können aber auch eigene Tasten anlegen, das ist ganz einfach. Zum Beispiel möchten wir hier jetzt unser Logo haben und dafür schnappen wir uns hier jetzt ein Rechteck. Das ziehen wir auf und gehen dann hier auf Darstellung und können dann hier die Füllung auf Bild setzen, können dann hier unser Logo einfügen. Und dann haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, wenn unser Logo jetzt besonders klein wäre, würde bei gekachelt, jetzt hier nebeneinander das Logo immer wieder erscheinen. Wir können Bereiche auswählen, die wir gerne sichtbar machen möchten. Wir können das Ganze aber auch formatfüllend hier jetzt einbringen. Das ist schon eine ganz gute Lösung für unser Logo. Originalgröße unserer Logo ist halt sehr groß, dementsprechend sehen wir davon nur einen Teil. Deswegen wählen wir hier jetzt Formatfüllend, weil wir es relativ groß haben möchten. Und wir möchten auch um das hier den Kasten, möchten wir keine Linien haben, weil das nicht so hübsch aussieht. Dementsprechend können wir hier auswählen, einfarbige Linien, gestrichelte Linien oder gepunktete Linien oder gar keine. Und wir entscheiden uns hier jetzt für gar keine Linien. Dann können wir unser Logo beliebig ziehen, wie wir das möchten. Wir können es jetzt mit Tasteneinstellungen belegen, indem wir jetzt hier mit der rechten Maustaste draufklicken. Dann sehen wir hier Tasteneinstellungen. Die können wir aufrufen und können dann hier auch einen einzelnen Schritt oder ein Skript übergeben. Übergeben wir jetzt mal einen einzelnen Schritt. Das soll ein Dialog sein, der dann angezeigt wird. Hallo, ich bin das Logo. Und jedes Mal, wenn Sie jetzt auf das Logo klicken, öffnet sich dieser Dialog. Oder Sie können halt auch ein anderes Skript damit starten. Das geht aber jetzt nicht nur für runde Bilder, sondern auch für eckige Bilder. Jetzt haben wir die Tasteneinstellungen noch. Das wollten wir natürlich nicht, sondern wir wollten hier das. Und da gehen wir jetzt auf Bild. Und nehmen hier dieses Bild. Und dann nehmen wir Größer anpassen. Können dann auch unser Rechteck wieder dementsprechend anpassen, damit das schön aussieht. Und wir können hier auch jetzt die Ecken verändern. Die können wir nämlich abrunden. Wenn wir das eben schon bei dem runden Knopf getan haben. Das haben Sie eben schon gesehen. Hier der Knopf ist rund. Das sieht schöner aus. Das haben wir hier über den Eckradius und über einen hohen Eckradius geregelt. Und das machen wir jetzt auch hier. Wir können hier jetzt einmal den Eckradius hochschrauben. Und sehen dann, wir bekommen eine schöne abgerundete Taste. Aber das ist nicht nur das Einzige, was wir mit diesem Eckradius machen können, sondern wir können diesen Eckradius auch nur auf spezielle Ecken anwenden. Sagen wir mal, wir wollen oben gar keinen Eckradius. Dann können wir den hier ausschalten. Und dann sehen wir, haben wir hier so ein Element, was wir zum Beispiel, drehen wir das Ganze mal um. Dass wir zum Beispiel hier oben dran packen können und dann auch wieder mit den Tasteneinstellungen zum Beispiel ein Skript vergeben können. Auch immer sehr schön, den Eckradius über Eck anzubringen. Und dann haben wir zum Beispiel diese Form. So, was uns noch fehlt, ist ein, wir haben eben schon drüber gesprochen, wir möchten gerne noch ein Markierungsfeld hier einfügen. Und zwar für die Allergien vom Kunden. Wir möchten gerne ein Markierungsfeld haben, bei dem wir hier die Allergien angeben können. Dann gehen wir hier auf Markierungsfeld und ziehen hier ein Markierungsfeld auf. Suchen uns hier dann Kunde Allergie Check raus. Da brauchen wir jetzt nicht das Label zu. Und können dann hier, wir sehen Werteliste nicht ausgewählt. Wir stellen dann hier im Datenbereich ein, dass die Werte von einer Werteliste kommen, die wir hier über Verwalten Werteliste bereits angelegt haben. Das hat nur die Liste Allergie und die hat nur den Wert Allergie in der Liste. Das ist der einzige Wert, der hier drin ist. Sie könnten jetzt aber auch zum Beispiel eine Werteliste haben, wo mehrere Werte drin sind, wo jetzt die Allergien auch spezifiziert sind, Heuschnupfen, Nussallergie etc. Und die würden dann hier als einzelne Einträge angezeigt, die Sie ankreuzen können. Wir haben uns aber jetzt entschieden, generell nur das Feld Allergie zu haben. Und wir möchten jetzt nur ein zweites Feld hier in das Layout legen. Und zwar Kunde Allergiespezifikation, damit wir auch sehen, um welche Allergie es sich handelt. Und dieses Feld wollen wir gerne nur sehen, wenn dieses Feld hier angekreuzt ist. Wie machen wir das jetzt? Dafür haben wir hier im Verhalten, in der Abteilung Verhalten, im Datenbereich ein Objekt ausblenden, wenn. Und wir müssen jetzt unsere Bedingungen so formulieren, dass es ausgeblendet werden soll. Nicht, wie es angezeigt werden soll, sondern dann, wie die Situation ist, wenn es ausgeblendet werden soll. Wir möchten jetzt gerne schauen, ob das hier angekreuzt ist. Und da gebe ich Ihnen jetzt auch eine Lösung mit, die Sie für alle, also auch für mehrere, verwenden können. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt Heuschnupfen, Nussallergie und was auch immer, Hausstaub. Und wenn der Wert Hausstaub ist, dann möchte ich das Feld angezeigt haben. Da zeige ich Ihnen jetzt eine Lösung für, denn wir rufen jetzt die Funktion Filter Element auf. Der übergeben wir hier unser Allergie-Checkfeld und geben dann an, welchen Wert wir auf Ankreuzen überprüfen möchten. Und das ist der Wert Allergie. Wenn wir nämlich hier einen oder mehrere Werte ankreuzen, dann steht in diesem Feld eine Liste von den Werten, die angekreuzt sind. Und hier filtern wir jetzt eine Allergie, ob dieser Wert in dieser Liste drin ist. Das überprüfen wir und das Feld hier soll angezeigt werden, wenn das hier ungleich leer ist, das Ergebnis. Da wir hier aber jetzt formulieren müssen, wann das Feld nicht angezeigt werden soll, machen wir hier gleich leer. Also es soll nicht angezeigt werden, wenn Allergie nicht in dieser Liste aufgeführt ist. Das probieren wir jetzt auch gleich mal aus, nämlich bei Gesundheitsdaten. Allergie ist hier jetzt nicht angekreuzt. Wir sehen unser Feld momentan nicht. Kreuzen wir es jetzt an, taucht unser Feld auf und wir können zum Beispiel Nüsse eintragen. Und auch hier dann wieder ausschalten, passend. Das hilft Ihnen auch Fehler zu vermeiden, indem das dann, wenn keine Allergie vorhanden ist, dann auch keine Werte da eingetragen werden können. Jetzt kommen wir als nächstes zu Designs. Wir wollen nämlich vielleicht jetzt nicht nur dieses Blau, das, was wir eigentlich so als Standardfarbe kennen, nutzen. Sondern wir können erstens aus verschiedensten Designs auswählen. Wir können uns da den Standards Designs auch gerne bedienen. Wir sehen hier schon da oben, wir können eigene Designs anlegen. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt gleich. Jetzt können Sie hier zum Beispiel ein Design wählen und dann sieht das mit einem Klick ganz anders aus, wie wir das vorher hatten. Wir stellen jetzt aber wieder auf Apex Blue um, weil wir das jetzt auch verwenden wollen, weil wir da jetzt schon die Größen drauf angepasst haben. Wenn wir jetzt das Ganze verändern wollen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine andere Schriftart in einem Feld haben wollen, können wir das hier über die Darstellung machen. Da waren wir jetzt eben schon drin und hier die Farben, beziehungsweise es waren ja keine Farben, wir haben die Fotos in die Rechtecke gelegt. Aber wir können hier jetzt zum Beispiel die Feldfarbe bestimmen, dass die zum Beispiel der Hintergrund lila ist. Das möchten wir jetzt aber gar nicht. Und wir können hier die Linien der Felder bestimmen, wie weit der Text jetzt rechts oder links, oben oder unten vom Rand weg sein soll. Ob wir jetzt Schatten haben mit Schattenwurf, das sieht man am besten, wenn es nicht ausgewählt ist. Dann Innenschatten haben wollen, Außenschatten. Und hier können wir auch die Textart bestimmen. Wählen wir zum Beispiel Bradley Hand, das ist eine Handschriftart. Die können wir jetzt, ah, die hat nicht die Option, dass man sie fett einstellen kann. Wir können die Größe hier verändern. Sagen wir mal, wir wollen, anstatt 16 wollen wir 13 jetzt hier haben in dem Feld. Und diesen Stil möchten wir jetzt gerne für das Feld haben. Vielleicht möchten wir diesen Stil aber nicht nur für ein Feld haben, sondern für die ganzen Felder hier, die wir hier sehen. Und da haben wir einmal die Möglichkeit, entweder mit diesem Werkzeug das zu übertragen. Oder, jetzt machen wir das Ganze mal andersrum. Und übertragen das wieder zurück. Sondern wir können das, damit auch zukünftige Felder in diesem Format sind, über den Stilregeln. Und wir sehen hier schon, hier haben wir verschiedene Stile, die wir auswählen können, was wir da an Feldern haben, wie diese Felder aussehen sollen. Wenn da jetzt aber nichts dabei ist, können wir auch einen eigenen anlegen. Denn wir sehen hierbei, dass hier der Stil nicht gespeichert worden ist. Der bezieht sich also momentan nur auf dieses eine Feld. Und wir können hier jetzt angeben, dass wir entweder den Stil von dem Stil ändern wollen. Ich möchte jetzt aber nicht unser generelles Design Apex Blue ändern, sondern einen neuen Stil speichern. Und den nennen wir jetzt mal Handschrift. Und den sehen wir jetzt hier, wenn wir jetzt auf das Feld klicken, können wir hier jetzt auch Handschrift auswählen, so dass wir jedes beliebige Feld auf Handschrift setzen können. Jetzt verlassen wir mal das Layout und gehen in unser anderes Layout. Hier haben wir auch Apex Blau verwendet. Und sehen dann hier, wenn wir jetzt hier auf ein Feld klicken, hier ist aber jetzt unser Stil nicht drin. Das liegt daran, dass wir diesen Stil momentan nur für dieses Layout zur Verfügung haben, weil wir ihn noch nicht in dem Design an sich gespeichert haben. Das können wir jetzt aber machen. Wir gehen jetzt hier wieder auf unser Design. Da sehen wir nämlich hier jetzt auch den roten Pfeil, dass hier noch was nicht gespeichert ist. Und gehen hier auf, entweder können wir hier wieder auswählen, Änderungen am Design speichern, oder wir können auch unser eigenes Design entwerfen. Und das nennen wir jetzt mal unser Design. Und hier haben wir dann die Handschrift. Sehen wir jetzt hier auch die Handschrift. Und jetzt gehen wir ins andere Layout rüber. Sehen hier, da ist nur Apex Blue drin. Das können wir aber ändern auf unser Design. Und wenn wir jetzt die Felder anklicken, dann haben wir auch die Option Handschrift für die Felder in diesem Layout. Was ich eben schon mal beschrieben hatte, es gibt auch eine bedingte Formatierung, dass wir zum Beispiel, wenn diese Felder leer sind, dass wir sie in einer Farbe hinterlegen und die bedingte Formatierung, dafür klicken wir mit der rechten Maustaste auf ein Feld, sehen dann hier bedingte Formatierung, wählen diesen Reiter aus und können dann hier verschiedenste Sachen für dieses Feld hinzufügen. Wir fügen jetzt mal hinzu, dass dieses Feld die Hintergrundfarbe rot bekommen soll, wenn dieses Feld leer ist. Also auf Formel Dieses Feld soll Das ist Kunde Zielgewicht Dieses Feld soll rot werden, wenn dieses Feld leer ist. Jetzt verlassen wir mal das Ganze und sehen, denn hier ist Ziel 95 eingetragen, machen wir jetzt das weg, dann wird das Feld rot, schreiben wir eine Zahl rein, dann ist dieses Feld auf einmal nicht mehr rot. Wollen wir noch eine andere bedingte Formatierung setzen, Und zwar können wir ihn auch, können wir auch mehrere bedingte Formatierungen setzen. Da haben wir einmal zum Beispiel selbst Größer 20 Selbst größer 10 Dann soll die Füllfarbe Gelb sein Und wenn jetzt selbst Über 20 ist, dann soll die Füllfarbe grün sein. Und jetzt gleich sehen wir ein Phänomen. Und wir geben jetzt mal hier eine 9 ein, die unter der 10 liegt und das Feld wird grün. Warum passiert das? Das funktioniert hier nicht, weil wir jetzt hier unser Ziel als Textfeld definiert haben. Wenn wir jetzt aber unser Zielfeld, weil wir jetzt hier vom Alphabet ausgehen und alphabetisch gesehen ist die 9 jetzt einfach später dran wie die 20 und dementsprechend, wenn wir jetzt hier suchen wir jetzt mal das Zielgewicht raus, wir sehen hier ist Text, stellen wir das jetzt mal auf Zahl um. Dann sehen Sie, 9 macht noch nichts, aber die 11, die färbt dann das Feld gelb ein und die 21, die färbt das Feld grün ein. So, und ich hoffe, Ihnen hat dieser Ausflug gefallen in unser Layout und wenn Sie Fragen haben, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben. Ich hoffe, Ihnen hat der Vortrag gefallen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Layout bauen. Ich hoffe, Ihnen hat der Vortrag gefallen.